für die nicens spielt geld keine rolle ich sage immer ohne protzen ohne mich das beste ist für sie gerade gut genug es geht in den supermarkt so viel geld haben die beiden schon lange nicht mehr an einem tag ausgegeben mittlerweile müssen wir gar nicht mehr den jumpy auspacken wenn wir gäste haben die wir beeindrucken wollen dann stellen wir einfach zwei stück butter auf den tisch ich habe mir jetzt einen begehbaren küchenschrank für mehl und öl und so machen lassen ganz geschmackvoll alles mit so kleinen swarovski steine wenn das so weitergeht dann mache ich bald nur noch in lebensmittel ist einfach der hammer ich muss mal los an die frische theke dass sich die garantiert nicht alleine mit meiner kreditkarte die hat letztens erst ein vermögen für gemüse ausgegeben da hätte ich auch direkt den ferrari kaufen können den sie mich haben will